weiter geht's mit warframe wir probieren uns jetzt noch mal an der alarmierungsmission auf die ohne falls das diesmal klappt ich hoffe ja auf einer gruppe nur eine sieht schlecht aus was ist mit der kalipse mission will er auch nicht die vielleicht das gibt's doch gar nicht na gut na gut na gut dann würde ich sagen haben wir die latron schon im pack ich wies es gerade gar nicht wir müssen jetzt müssen einen verkaufen die im kein operatoren werde ich verkaufen das mal gucken ob der stoß ob er muttern hat alle ausbauen im kein sport und hier war eigentlich so als ob ich die schon verkauft hätte aber nur gut und die latron aus der schmiede holen das ding müssen wir auch noch irgendwo einsetzen mache ich aber in der nächsten session die latron verdammt ausrüsten so probieren wir uns noch mal auf der gruppe 3 da muss jetzt wird klappen komm schon naja ist das zum kotzen jetzt wollte ich mal gucken ist die die latron war jetzt gar nicht mal so gut ne wollte hatten mehr feuer hatte und mehr magazin na gut doch geht eigentlich komm schon ich will die verdammte alarmierungs mission machen mit dem team auf der gruppe 0 haben wir sonst noch irgendwo eine offene gruppe überleben wie muss okay was soll es dann gehen wir halt noch mal auf dem merko ruf oder für versuchen eine alarmierung nee das ist mit zu viel merko 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 so haben wir noch so abfang spionage noch mal auslöschung geh nach hoher gleich wenn okay acho ich machen ich einen die laton hatte in unseren ekelhaften schuss für unsere pistole ist ja eklig na gut ist ein bisschen schneller als mal was ist natürlich so wollen wir den freund und weiter geht's das ist doch gar nicht ich bin da das kenne ich noch hier noch gar nicht krass treffen sollte man schon können ja ja war ja ja unser schild ist ganz schön dauernd der macht also diesen schild darum und schwer ach so wenn die da drin sind diese schaden das ist ein besuchende hallo oder da können wir mal lassen ja ja na gut die dritte fähigkeit ist doch nicht so geil dass ich mir ein bisschen anders vorstellte ja 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 Achtung! Das wird auf jeden Fall nicht mein Lieblings-Warframe. Momentan mag ich den sogar noch weniger als den Rayno. Der Rayno ist eliminiert. Lass uns hier rauskommen. Nun gut, dann war es das wieder für diese kurze Aufnahme. Bis dann.